Die Digitalisierung der Berufswelt beschäftigt uns auch in der Berufsausbildung. Bei der WebTraining haben wir natürlich die Facharbeiter für morgen ausbilden und wollen da natürlich die digitale Kompetenz stärken. Die Digitalisierung beschäftigt uns ja nicht nur im Konzern, sondern auch in der Berufsausbildung. Und jetzt gehen wir quasi mit den Lean-Themen den Weg einfach wirklich noch weiter und haben die Möglichkeit, das Ganze noch deutlich auszubauen, wie zum Beispiel die additive Fertigung, die Robotik, aber auch die Tablets, die wir schon seit längerer Zeit bei uns haben. Also aktuell das Programm, was gerade jetzt auf ist, ist jetzt, dass der Roboter hier links sich hier die Bausteine nimmt, sie aufs Laufband fährt. Das Laufband fängt dann an nach vorne zu fahren bis zum Sensor. Wenn es beim Sensor angekommen ist, bleibt das Laufband stehen. Der Roboter nimmt sich dann die Bausteine von hier und platziert sie dann jeweils hier auf dem Feld. Der Azubi erlernt dadurch natürlich Prozesse zu optimieren, guckt sich dann die genauen Arbeitswege nochmal an und da halt auch nochmal das Bestmögliche aus dem Roboter und aus der Zusammenarbeit rauszuholen. Das Besondere an den Robotern, die wir angeschafft haben, ist, dass sie komplett aus dem 3D-Drucker entstanden sind. Das heißt, wir können da auch die Ersatzteile nachdrucken und dass er eine Kameraerkennung hat mit einer gewissen künstlichen Intelligenz, um da halt auch wirklich alle Möglichkeiten auszureizen. Da muss man nicht zum Hersteller gehen und sie einkaufen, sondern man kann sich dann die Dateien im Internet runterladen und dann einfach selber drucken. Und wenn die Azubis bei uns heute schon gelernt haben, wie das funktioniert, wie man so einen Roboter mit in so ein System einbringen kann, auf was es ankommt, mit so einem Roboter zusammenzuarbeiten, dann haben wir natürlich für später Fachkräfte, die wir nicht extra nochmal lange anlernen müssen, sondern die schon aus ihrer Ausbildung heraus wirklich sagen können, um was geht es da eigentlich.